So, ganz schnell Leute, willkommen zurück zur nächsten Folge, Batman, genau, hier waren wir stehen geblieben, mitten in der neuen Aktion, ja, ok, viel Spaß. Nein, 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 ich hatte die Hand nicht an der Postatur, müsst ihr mir mal kurz entschuldigen, ups. Das war ein schönes Ort, Lola ist wie du nicht. Du, Laser trifft Beton. Das macht schon Auer auf dem Blech, oder? Das war ein bisschen Adrenalin, ey? Beside, jemand hat sich mit der Ruppers-Situation hier gehalten. Na, danke für die Backup. Ich habe dich entfernt von deinem Blut-Ivory-Tower, Bruce. Am besten, was ich kann, ist, dass du nicht schaffst. Das ist sehr dankbar von dir. Ja, es ist schon was, zwei Jahre? Und du weißt, was? Ich habe mich nicht einmal gefeiert, das ganze Zeit. Das ist nicht warum ich dich hier bringe, Mann. Jetzt, ich versuche mich ein bisschen zu erinnern, Bruce, das ich mit diesem Ort gehe. Als es nicht so war, wie es so war. Das Park war etwas. Ein Ort, das sei für Kinder, für Familien. Die Leute kamen von überall zu besuchen. Oh, Mom und Dad, sie haben so viel Arbeit in hier. Na, das waren die besten Zeiten. Das waren sie. Ja. Ich dachte, wir sind die König. Wir haben beide. Diese Stadt. Wir nehmen die Leute. Wir nehmen die Leute. Mom. Kommit zu Arkham. Dad. Du hast es dir selbst gemacht. Du hast es dir gemacht. Meine Familie ist das Glück. Es gibt nichts mehr, Bruce. Ich weiß. Alfred hat mir gesagt. Es ist lustig, hm? Es ist lustig, hm? Es ist lustig. Es ist lustig, hm? Es ist das gleiche Ort. Es hat meine Familie in den Boden gebrochen. Es hat dir ein gutes Leben gegeben. Es war immer in den gleichen Zirkeln wie wir gemacht haben. Hobnobische Partys. Rund-the-world-vacationen. Unlimited Potenzial. Jetzt habe ich alles, was dieses Park. Und was in dieses Flasch. Ich bin... Entschuldigung, Oz. Ich denke noch... Ich denke noch... No one should have to go through. Danke, Bruce. Aber wir sind nicht die einzige, die zufällig. Gut zu wissen, dass du nicht verändert hast, Bruce. Du wirst immer noch etwas mehr interessiert, als nur dir. Aber ich war überraschend, dass Carmine Falcone bei deinem Abend zu sehen hat. Er hat sich direkt nach Hause gemacht. Das... Ölige... Ich wünschte, ich hätte diesen Zirkel in den Händen gebrochen können. Lass ihn auf ihn schocken. Falcone-Wing wissen. Der war nicht eingeladen. Das ist es. Ich will nicht sein Gesicht wiedersehen. Darüber können wir in ehrlich zu sein. Falcone hat eine Strecke von Kassian-Korpsen gemacht. Ein mile hoch. Ruinende Familien wie meine. All he needs is a little push. Und... Es wäre ein Traum, um ihn auf dem Pavement zu sehen. Okay. Ein Interessenbereich liegt da auch hinter. Ähm, ähm, ähm. Warum auch nicht? Ich bin sehr schnell, aber... Eine Revolution ist knacken auf Gotham's Tür. Und ich bin hier, um ihn zu lassen. Das bringt mich zu dir, Bruce. Du siehst du, wenn du eine Rock in irgendeine Richtung machst, du siehst du eine Wendung, die Wendung von Unterprizern hat. Als die Richen und Powerful geht, oh, du, Top Gotham's List. Aber wenn meine Revolution beginnt, wir werden die Wendungen und die Namen all den Weg runterkriegen. Wie ich gesagt habe, es wird nicht schön sein, es wird schön sein. Und ich kann nicht warten, um zu beginnen. Ich bin nicht dein Wendung, Ours. Das scheint zu sehen, nicht wahr? Ja. Eigentlich ist es wahr. Ich bin wirklich wahr. Das ist weshalb ich dich erwarte. Wenn das Ganze beginnt, sicher bist du auf der richtige Seite. Schön zu sehen, Bruce. Aber ich habe ein paar Rocken zu holen. Tschüss. Tschüss. Okay, jetzt haben wir nochmal so eine Hypsituation. Noch ein Anwärter. Gut. Ist der denn mehr oder weniger als Fakun? Hm. Mr. Wade, over here. Right here. This way. Bruce, Bruce. cy متzudecken können. Morgen. DWeiss. Bundes, ¿de ich sprühone von Fahrten? Ich meine, ich meine nicht fast und diephenали bile ist nichts. Ah Leute, sie hat lustig. Wir haben Tous kommt hier zu diskutieren. Schauzt doch hier. Wir sind hier. Vers Ihre Zeit ist zum Arkem Asylum. Ever since it opened its doors, Arkham has been a breeding ground for the criminally insane. Its methods for rehabilitation, crude. Its security, lacking. Worse still, those who do get out, or God forbid escape, are even more dangerous than before they went in. Arkham Asylum is a cancer on Gotham. But today, with a sizable contribution from this man here, we break ground on a state-of-the-art mental health care facility. One that will improve the well-being of Gotham and its citizens for years to come. Mr. Wayne has a few words he'd like to say. Bruce? Okay. Okay. I defended the people from injustice, no matter the cost. That night, my parents paid the ultimate cost, defending me from a man. Who needed the kind of help this new facility will provide. With this facility, and our next mayor, we change Gotham. Today, on the anniversary of that fateful night, I don't know if I wanted to go to Thomas and Mark the Wing, and usher in a new era of healing for Gotham. Vielleicht ihm doch den Ball wieder zuspielen. I'm sure you all have plenty of questions about the new hospital, so let's open it up. You first, Miss Vale. Thank you. With the opening of this new hospital, what does this mean for Arkham Asylum? What happens to the old building? I think Arkham has only done harm to Gotham. It's made criminals more unstable. Put our citizens in jeopardy. We can do better. Alright, who's up next? Oh, Mr. Wester, wait a minute. Uh, you're there. Okay, das war jetzt nur... ...einfach so geklickt. My sources say you welcome the legend mob boss Carmine Foxconi into your home. Jetzt habe ich ihr nicht zugehört. Harvey ist derjenige, der ihn mitbruchte. Uh, nein. Personally, I would never welcome a head to my home. Eigentlich wollte ich den gar nicht klicken. Please, keep your questions on topic, people. Oh, Gott. We're here about the hospital, remember? Uh. But Mr. Wayne, this morning the Globe received evidence of an offshore bank account managed by Carmine Falcone and your father, Thomas Wayne. What exactly are you implying? Transactions connected to organized crime, going back years and continuing to this day. The paper trail ties your family directly to the mob. Care to comment? And did anyone else receive this evidence? The Globe, the Gazette, we all did. Mr. Wayne, Mr. Wayne! Is all your money dirty? Is the Wayne family legacy built on lies? Did you know about this, Bruce? How long has your family been dealing with Falcone? Could the allegations be true? What are you telling us? Does the mob sign Wayne Enterprises' paychecks? My parents were entrepreneurs, philanthropists, not common criminals. It's absurd. Mr. Wayne! Mr. Wayne! How long has your family been dealing with Falcone? Could the allegations be true? Did you know about this, Bruce? What are you telling us? I'm sorry about this, Bruce. I don't know where the hell it's coming from. Damage controls my territory. We'll talk later. Everyone, everyone, please settle down. I'll be fielding your questions from here on out. Please, let's try to keep this civilized. Bruce, I've been trying to reach you. The police are inside the manor. Gut. Ich hatte jetzt gedacht, naja, man sagt trotzdem was dagegen. In den Punkten, wo jetzt keiner, äh, keinem irgendwie wirklich sagen kann, woher und was da Beweise sein sollen. I'm afraid we can't, Mr. Wayne. Says who? This warrant. It's not personal. I had the boys turn the lights off, keep a low profile. There's gotta be a mistake. That's what we're here to find out. Maybe we made a mistake. Maybe you did. Alfred, keep an eye on them. Make sure they only take what they have to. Of course, sir. I meant what I said about not personal. We only want files related to Wayne Enterprises. The warrant covers your place, pardon me, places of residence, and any companies you own. Your holdings are extensive. Need to be the guy doing your taxes. And what do you expect to find? That's for our analysts back at the precinct to figure out. I can't comment. It's a valid warrant. I gotta serve it. Mayor Hill signed off on this himself. As long as he's mayor, he calls the shots. Okay, so you just do whatever Mayor Hill says. Hill and I, we have a vested interest to keep things professional. For Gotham's sake. Doesn't mean I like the words whistling through his windpipes. Gut, okay. I don't know how your neck ended up on Mayor Hill's shopping block, but here we are. So, Gordon, wie wir ihn kennen. Come on, Harvey's campaign goes down, too. That'd be a real shame. Mr. Dent's the only DA I ever trusted to make a conviction stick. As mayor, I think he can finally turn things around for us. For all our sakes, I pray you've got nothing to hide. Hm, ja. Also, jetzt spüren wir wahrscheinlich etwas von den Auswirkungen von Falcone. Me? Take whatever you want. You... You don't have to do this. Bruce. Bruce. Das haben wir ja schon am... Wir fragen mal. Ein freundliches Gesicht hat mich immer und überall auf einmal drinnen zu sein. Pass tense. Sorry, but if the press has their way, you're not gonna have any for a while. Listen, Bruce. A scandal surrounding a beloved family like yours captures the public's attention. I can help you get the right kind of attention. Through my connections at the Gazette, I have all kinds of access. I can dig up whatever you need to fight this. I appreciate the offer, Miss Vale, but trying to say I'm the good guy here... Instantly makes you look bad. I get it. So let me say it for you. The Gazette received this supposed evidence like every other media outlet. And it's all hearsay. Flimsy sources. There isn't a shred of hard proof. Still allegations like this, they don't magically appear. Someone is going after my family. After me. Obviously the sender didn't identify themselves. We have no idea who it could be. I mean, no one's even done their due diligence on this yet. The press saw the fumble, they grabbed the ball and ran. Not every day you get to go after a Wayne. Carmine Calcone wants me to be a sports player. He crashed Harvey's fundraiser and pretty much said hop in. Well, maybe he thinks putting a little fear in you will make you jump. It won't. By tonight, this scandal will be broadcast to every screen and goth. Everyone will be talking about it. This isn't my first pass through the rumor mill. I know the damage you can do. Then go on the record. Right here, right now. And stop it. You need to get out ahead of this. Your side is what matters. Not wild speculation. Klar, nehmen wir dazu Stellung. Wir nehmen das Angebot mal an. Whenever you're ready. Mehr Schaden ist daraus auch nicht wirklich zu drehen. The Wayne family has always been a cornerstone of Gotham. We have never had and never will have connections to organized crime. That's exactly what the people of Gotham need to hear. You're gonna beat this, Bruce. The Wayne's always come out on top. Goodbye, Miss Vail. I hate to admit it, but everyone smells smoke. A fire is heading this way. Batman has made plenty of enemies, but my family. We've done nothing but support Gotham, even in its darkest days. All this on the anniversary of your parents? It's not a coincidence. Harvey's the district attorney. He should have told me this was coming. Then find out why he didn't. A warrant? What the hell's going on? Wait, does this have to do with what the reporters were talking about this morning? That press conference turned into a bloodbath. You tell me. Shh, come on, keep it down. Let's avoid making another scene, shall we? The press is already up my ass as it is. Mayor Hill authorize this? Yeah. Handwashing for the other. Computers, hard drives, files. Son of a bitch. You're the goddamn DEA. I didn't know about this. Prozedere. Struktur. Hill totally blindsided me on this one. Goddammit. He has no right to issue search warrants without my okay. Okay, I believe you, Harvey. Mayor Hill is trying to screw us both over with this move. And then he's made two enemies. I just don't get it. Why would Hill stick his neck out over this? Just to tango you up in some frivolous investigation? That just doesn't make sense. I mean, what could he possibly hope to accomplish, other than a few cheap headlines? Do you think Falcone could be behind it? He didn't seem too thrilled after the fundraiser. Das Hündchen musste schon Platz machen. Bruce, I wish I could just make this go away, but I'm not sure if I can. So, ich schiege gerade auf meine Timeline und sehe, ich muss hier diesen Part auch beenden. Wir sehen uns beim nächsten und ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017